Da ist Nummer 1, da Nummer 2, da Nummer 3. Jawohl, Fervor ist... Und ich werde wieder von Spinnen übertragen. Überwand. Nein, 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 nein. Einfach nein, du Fart. Komm, komm, Bastard. Tötet ihn. Es wäre mir egal, was es kostet. Schafft ihn mir aus den Augen. Du kannst dich porten. Warum portest du dich nicht einfach hin? Du und jetzt... Du bist Level... Du bist Level 50 und du rennst weg. Warum? Er hat noch nicht mal einen Kratzer. A foul beast approaches. Habe ich jetzt gerade mein Mannequin gewurzelt? Ja, ich habe mein Mannequin gewurzelt. Was läufst du weg? Warum läufst du weg? Ich habe mein Mannequin gewurzelt. gott sei dank die zwerge wenn er sich an nur die discoverer post has agreed to join your kingdom machte machte bitte macht die menschke weg macht die menschke weg Der Witch King ist weg. Gott sei Dank ist der Witch King weg. Heiler, ja, heiler. Der Witch King hat gegründet, um in deinem König zu sein. Ich gehe mit den wilden Spiriten. Okay, wir haben es ein bisschen hingekriegt. Die frage Mortale können mich nicht stoppen. Ja, jetzt kommen von überall Vampire und... An... Also... Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel will mich absichtlich verarschen. Ich habe nämlich... Hatte nämlich wirklich den Auswahlkreis auf meinem Warrior. Und ich habe... Und ich habe... Das Oculus... Geheilt. Aber... Aber... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war der falsche Knopf, das war der richtige Knopf. Ich bin... 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 Ja, komm ruhig näher mein Kingdom. So, die sind tot. Und noch mehr Ballistas. Okay, der Ballistatower hat es wenigstens geschafft. Oh Mann, warum auch immer du wieder wegrennst vor drei Vampiren. Und du bist viel mächtiger als die. Du bist viel mächtiger als die. Genau, kämpft da drüben. Und du bist viel mächtiger als die. 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 Wieso ignoriert ihr alle die Witch Queen so, als ob sie nicht da wäre? Huh? Your Majesty! A new building is complete! I feel... I'm melting! Hmm. If I had my good hammer, you'd be sorry! Farte! In the name of the Sovereign! I'm melting! I'm unwelcome. Oh, sie sind wieder da! Ja! Oh! Sie sind wieder da! Ja! Das heißt, dieser supergeile Hunter ist unterwegs. Ich bin mit dem Namen der Sovereign! Ich bin mit dem Namen der Sovereign! Zumindest haben wir die Witch Queen tot. Die Witch Queen. Die Witch Queen! Hmm. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist... Ich kann ihn nicht anvisieren. Ach, du bist nicht ausruhen, okay. Ein Market Day gleich mal bitte? Ich glaube, der... Nein, er ist noch am Leben. Jetzt ist er tot. Ah. Okay, wir sind... Wir sind das letzte Black Phantom aus der Welle losgeworden. Okay. Ein Gebäude wurde aufgerichtet. Gut, wir sind kurz vor der letzten Welle. Wisst ihr was? Salfen wir mal. Drache? Phantom? Phantom? Oh.